Hallo und Moin Moin, hier ist wieder der Jörg von YouTube-Kanal Joggler66, Stunde der Wahrheit. Mit einer neuen Lesung heute, oder mit einer neuen Lesung, mit einer neuen Zusammenfassung des Buches Herrscher des Bösen, Rulers of Evil. Inzwischen schon der neunte Teil und wir wollen heute probieren Kapitel 21 und 22 abzudecken. In diesem tollen Buch von F. Tapasorsi, das es ja leider in Deutsch nicht gibt, aber das ich ja inzwischen schon mit 8 Videos hier vor, also mit 8 Teilen, 9 Videos, da das 4. in 2 geteilt war, euch versucht habe ein bisschen näher beizubringen und ich darf dabei nie vergessen zu erwähnen, dass man immer berücksichtigen muss, wenn wir hier die Geschichte von den Vereinigten Staaten von Amerika lesen, dass man das, ich will nicht sagen 1 zu 1, auf Europa und auf Deutschland übertragen kann, aber Amerika ist nur ein Beispiel im Grunde von vielen. Wie in England die Unterwanderung durch die Jesuiten stattgefunden hat, Mitte des 19. Jahrhunderts, wo James Atkin Wiley in seinem Buch Roman Civil Liberty vorgewarnt hat, das Tom Fress letztes Jahr auf First Amendment Radio gelesen hat. Und wenn man ein bisschen die deutsche Geschichte kennt, und ich meine jetzt nicht die Geschichte, die einem in der Schule erzählt wird, sondern ich meine die wirkliche Geschichte, dann weiß man zum Beispiel, dass ja eben das Zweite Deutsche Reich 1871 bis 1918 ein protestantisches Reich war. Das war auch der Grund, weshalb in Deutschland so viele Erfindungen damals rauskamen. Und man darf nicht vergessen, die protestantischen Deutschen waren sehr gut zu den Juden. Wie es auch in der Bibel steht, dass diejenigen, die gut zu den Juden sind, denen wird es auch gut gehen. Diejenigen, die schlecht zu ihnen sind, denen wird es weniger gut gehen. Naja, und weil die deutschen, die protestantischen Deutschen, halt die Juden sich gut haben entwickeln lassen, das ist eine Sache, das gefällt der römisch-katholischen Kirche gar nicht. Und wie wenig ihr das gefallen hat und welche Schritte sie dazu unternommen hat, um dafür zu sorgen, dass das ein Ende nimmt, da muss ich auf meine englische Lesung des Buches Behind the Dictators verweisen, das ich im Augenblick auf meinem Kanal hochlade, das ich vielleicht irgendwann eventuell mit Hilfe übersetzt bekomme und das sogar in Deutsch bringen kann. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann muss man sich halt des Englischen mächtig sein, das in Englisch anhören. Auf jeden Fall handelt das Buch hier, Rulers of Evil, Herrscher des Bösen, davon, wie eben diese Herrscher des Bösen, der Jesuitenorden, der militärische Orden der römisch-katholischen Kirche, von Anfang an dafür gesorgt hat, im Grunde Gottes Wort zu erfüllen, der in Offenbarung 13 von einem Tier aus dem Meer spricht, aus der See und einem Tier aus der Erde. Und dieses Tier aus der Erde ist eben die Vereinigten Staaten von Amerika, das wie ein Lamm scheint, aber spricht wie ein Drache. Und das geht ja nur, wenn Gott sich eben auch der Feinde des Menschen bedient, um seinen Willen oder seine Prophezeiung durchzubringen. Und die Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika, ich kann das nicht oft genug betonen, das hat nichts mit der Bevölkerung zu tun. Wir sprechen hier über die ganz, ganz, ganz kleine Elite, will ich mal sagen, die immer die Regierungstaue in der Hand hält. Das ist in Amerika nicht anders als bei uns in Deutschland, als in Belgien, wo ich hier lebe, oder sonst wo in Europa oder sonst wo auf der Welt. Es ist immer nur eine kleine Elite. Und diese Elite wird kontrolliert vom Jesuitenorden. Damit diese Elite die Agenda durchsetzt, die der Antichrist der Bibel, der in Rom sitzt, hat. Und wer die Agenda kennt, oder besser gesagt, wer sie nicht kennt, dem rate ich an, die Bibel zu lesen, dann versteht er das. Aber gut, wir machen jetzt weiter mit Kapitel 21, sonst ist meine Einleitung hier ein eigenes Video. Das ist ja nicht beabsichtigt. Kapitel 21 heißt im Englischen Jupiter's Earthly Abode. Und das heißt auf Deutsch im Grunde Jupiters Zuhause auf der Erde. Wer Jupiter ist, dann lest mal, oder folgt meine Lesung des Buches von Babylon nach Rom von Alexander Hislop. Könnt ihr darüber lernen. Roms Gott der Götter, Jupiter, wurde in Tempeln gedient, die Kapitolia genannt wurden. Vom lateinischen Wort für Kopf. Wie wir gesehen haben, wurde Amerikas Tempel des Jupiter auf Land errichtet, das für mehr als 100 Jahre als Rom bekannt war, bevor es von Daniel Carrolls Federal City Committee als Grundbesitz ausgewählt worden war, der Carroll persönlich gehörte. Die Unterteilung der Bundeshauptstadt oder des Distrikts von Columbia durch einen Bebauungsplan war die Aufgabe des künstlerischen Pariser Ingenieurs mit dem Namen Pierre Charles L'Enfant. Laut Dr. James Walsh in seinem Buch American Jesuits erhielt L'Enfant den Auftrag durch die Fürsprache seines Priesters. Und der war John Carroll. Amerikas erster katholischer Bischof und auch Gründer der Georgetown Universität, die heute die größte Jesuiten-Universität in den Vereinigten Staaten von Amerika ist. Und durch die solche Leute wie zum Beispiel Bill Clinton gingen in ihrer Ausbildung. Und solche Leute wie George Clooney, den Schauspieler, den ihr ja sicher kennt. Georgetown Universität bringt nicht nur Politiker hervor, sie bringt alle möglichen Berufe hervor. Weil die Jesuiten sind ja nach dem Verbieten 1773 säkularisiert. Das sind sie auch heute noch. Und diese Georgetown Universität ist die mächtigste der Jesuiten-Universitäten in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und ihr könnt das gerne mal googeln oder euch Bilder anschauen von allen Leuten, die da irgendwelche Vorträge gehalten haben oder eingeladen waren und was weiß ich. Und die, die da eingeladen waren, die sind halt mit der Jesuiten-Universität liiert und tun halt das, was ihnen aufgetragen wird. Nun zurück zu L'Enfant, der war ein Freimaurer. Und wir wissen ja inzwischen, dass Freimaurerei an oberster Stelle auch vom schwarzen Papst, vom General des Jesuiten-Ordens kontrolliert wird. Er unterteilte die Stadt in eine kapitalistische Anordnung von Symbolen und Zahlen. Aber das Pentagramm von L'Enfant zeigt nach unten und formt den Umriss des Baphomet, das gnostische Integration in Weisheit, Ziegenkopf-Symbol der Tempelritter. Unter anderem ist das auch verewigt, mehr oder weniger verewigt, in der Kirche Notre-Dame in Paris. Da kann man den Baphomet-Kopf sich anschauen. Und der damalige Leiter der Tempelritter, die 1307 Jahre verhaftet wurden in Frankreich, als der verbrannt wurde, de Molay, auf dem Scheiterhaufen, hat noch ausdrücklich dazu gebeten, dass man den Scheiterhaufen bitte in die Richtung stellt, dass er mit dem Gesicht auf Notre-Dame schaut, dass er das Gesicht des Baphomet. Und das Pentagramm, wenn das nach unten zeigt, dass das eine satanische Bedeutung hat, habe ich ja auch früher schon mal erklärt. Das hat immer eine teuflische Bedeutung, um das mal so zu sagen. Aber nach unten gerichtet bedeutet der Stern und dieses Pentagramm Satanismus und nach oben gekehrt bedeutet das Luziferianismus. Aber über die Unterschiede gehe ich jetzt hier nicht wieder ein. Das habe ich schon früher oft genug gemacht. Nun, der gnostische Historiker Manly P. Hall sagt, dass das auf dem Haupt stehende Pentagramm sehr häufig für schwarze Magie benutzt wird und immer eine pervertierte Macht kennzeichnet. Nun, jetzt sagt sich der eine oder andere, ah ja, schwarze Magie und weiße Magie gibt es ja auch. Nein, es gibt nur Magie. Es gibt keine gute Magie. Weiße Magie ist nicht gut und schwarze Magie ist nicht schlecht. Weiße und schwarze Magie sind beide schlecht. Wird beides von Gott in der Bibel verurteilt und verabschweilt. Der in der Bundeshauptstadt durch Pierre-Charles L'Enfant eingeführte Baphomet zeigt mit dem Maul der pervertierten Macht direkt auf das weiße Haus. Ist das vielleicht eine andere Möglichkeit der Interpretation vom Lamm, das sprach wie ein Drache aus Offenbarung 13, dass das Pentagramm genau auf das weiße Haus schaut? Die Anwesenheit einer pervertierten Macht wird durch L'Enfants Nummerierung der Häuserblöcke in Washington auch noch unterstrichen. Die 600er Serie der Blöcke verläuft in einem breiten Streifen von der Kew Street North entlang des Kapitols und hinunter bis zur Mündung der James Creek V Street South. Alle Nummern zwischen 600 und 699 auf diesem breiten Streifen sind Häuserblocken zugewiesen, außer, ratet mal, der Hausnummer 666. Diese Nummer fehlt auf der Karte. Sie muss insgeheim der einzigen nicht nummerierten Sektion der Häuserblöcke der 600er Serie zugewiesen worden sein. Wir stellen fest, dass diese Sektion das Grundstück des Kapitols umfasst, das einst Rom genannt wurde. Bei der Zahl 666 handelt es sich eindeutig um die Zahl des Namens des Tieres. Die Zahl eines Menschen auch, aber die Zahl des Namens des Tieres aus Offenbarung 13. Wenn Amerikas Tempel des Jupiters auf dem Tier mit dem Namen 666 errichtet ist, könnte es dann sein, dass die echten Gründungsväter in den Kongress schlicht als die große Hure aus Offenbarung 17 Vers 1 begriffen? Nun, das ist, was Tapasorsi schreibt, ich, Jörg, denke hier eher an das Abbild des Tieres, da Offenbarung 17 Vers 1 unmissverständlich Rom in Italien meint. Jedoch ist Rom in den USA ja eine Kopie des Tieres aus dem Meer. Ja, manchmal hat man eben leider nicht alle Antworten. Nur Gott hat alle Antworten. Und wir werden alle Antworten von ihm bekommen, wenn wir in seinem Königreich sind. Dann gibt es keine Geheimnis mehr über das, was hier auf der Welt bisher passiert ist. Alexander Hislop, den kennt ihr ja von meiner Lesung von Babylon nach Rom, spricht von einem Phänomen, das laut ihm jeder Schüler des Chaldeischen kennt. Nämlich, dass die Buchstaben von Stur Roms allererstem Namen zusammen 666 ergeben. Das S steht im Chaldeischen für 60, das T für 400, U für 6 und R für 200. 60, 400, 6 und 200 gibt 666. Hislop erwähnte außerdem, dass römische Zahlen nur aus 6 Buchstaben bestehen. Wir ignorieren hier eben das M, das die Zahl 1000 bezeichnet, das erst sehr spät Einzug erhielt als Abkürzung für 2 mal D. Das Bild, das diese Dinge erklärt, werde ich hier in das Video einarbeiten, dass ihr euch das anschauen könnt. Wenn wir diese 6 Buchstaben zusammenzählen, entdecken wir im alphanumerischen Kommunikationssystem der Römer D für 500, C für 100, L für 50, X für 10, V für 5 und I für 1 steht. Also 500, 100, 50, 10, 5 und 1. Einfache Rechenaufgabe. 666. Dämonenverehrung, schwarze Magie und eine pervertierte Macht sind also in den Straßen der Bundeshauptstadt hineingeworben. Nun ja, wie Michael Nowak bereits beobachtet hat, das hatten wir ja im vorigen Kapitel gelesen, war es die unumgängliche Aufgabe der Gründungsväter, eine Republik für Sünder zu errichten. Nicht alle Sünder können regiert werden durch einen liebevollen Aufruf zur Buße, mit Vernunft, mit Logik, Geduld, Verständnis und Vergebung. Die Sünde bringt gerissene Verbrecher hervor, die rauben, vergewaltigen, zerstören, quälen und töten. Eine Republik, die für Sünder gemacht ist, muss sich an der Bösartigkeit des miesesten Subjekts orientieren. Deshalb bezeichnete der große Pamphletist Tom Paine menschliche Regierungen gerade heraus als notwendiges Übel. Eine Regierung muss deshalb genauso böse sein, wie die Bösewichte, für die es verantwortlich ist. Oder sie kann die Unschuldigen nicht beschützen. Das ergibt auch Sinn. Die Bibel bezeichnet das Prinzip als Gott gewollt. Ja, Gott bestimmte die Bösen dazu, über die Guten zu herrschen. Aber die Details dieser barmherzigen Anweisung, die wir an dieser Stelle erforschen, sind so beschämend für die herumstolzierenden Herrscher, dass sie mittels Kabbalah versteckt werden müssen. An der westlichen Seite der Stadt stand das Georgetown College, das 1789 durch Bischof John Carroll gegründet worden war. Georgetown wurde schnell zu einer Brutstätte der Bundespolitik, der Innen- und Außenpolitik. Und noch heute wird es von der Gesellschaft Jesu geleitet. Da habe ich ja gerade nochmal drüber gesprochen. Jetzt blende ich dann hier auch in das Video das Siegel der Georgetown-Universität ein, so wie es auf einem Auto der Sicherheitsgesellschaft der Georgetown-Universität erscheint. Und bei diesem Siegel gibt es eine Beschreibung dazu. Und das heißt, das Siegel der Georgetown-Universität des Schwarzen Papsttums, so wie es auf einem Auto des Campus-Sicherheitsdienstes zu finden ist, ist hier auf diesem Bild abgebildet. Aber der Text ist englisch, deswegen überlehrt er sich das jetzt gerade hier. Der römische Adler greift beides, die Welt und das Kreuz, den Staat und die römisch-katholische Kirche. Auf dem Banner steht geschrieben, Utrak Unum. Das heißt, beides zusammen. Wenn ihr euch das Bild gut anschaut, da ist halt der englische Text bei, original aus dem Buch von Rulers of Evil, deswegen habe ich das gerade übersetzt, dass ihr das in Deutsch auch bitteschön hoffentlich gut versteht. Utrak Unum. Beides zusammen. Kirche und Staat. Wir sollten doch eigentlich eine Trennung von Staat und Kirche haben, oder? Wenn Staat und Kirche zusammen sind, dann sind wir wieder genau da, wo wir im dunklen Mittelalter waren. Heute in den Vereinigten Staaten von Amerika sind Kirche und Staat durch 501c3 Steuerbefreiungsstatus wieder zusammen. Deswegen verdamme ich diese ganzen Kirchen in den Vereinigten Staaten von Amerika, die unter 501c3 Status operieren. Eine, um ein Beispiel zu nennen, für viele, die ja gerne die Sieben-Tags-Adventisten haben, Walter Veith arbeitet für Amazing Discoveries. Amazing Discoveries ist eine 501c3-Organisation. Und wenn ihr das ein wenig studiert, ich gehe da jetzt nicht zu tief drin ein, dann ist eine 501c3-Organisation steuerbefreit, aber eine Regierungsagentur. Und eine Regierungsagentur kann nicht gegen seinen Brotgeber sprechen. Mit anderen Worten, die Hand, die mich füttert, beiße ich nicht. Kann ich nicht beißen. Und wenn ich sie beiße, dann beißt sie zurück. Und dann kriege ich Steuernachforderungen, in was weiß ich welchen astronomischen Höhen und Summen vorgeschlüsselt, dass ich aus dem Geschäft bin. Und wenn ich aus dem Geschäft bin, dann kann ich die Wahrheit nicht mehr erzählen. Also, zumindest soweit irgendwelche Kirchen in den Vereinigten Staaten sowieso die Wahrheit erzählen, davon mal ganz abgesehen. Als Papst Pius VII. die Gesellschaft Jesu im August 1814, nachdem sie 1773 ja von Clement XIV. verbannt wurde, wiederherstellte, tauschten die früheren Präsidenten John Adams und Thomas Jefferson die folgenden Kommentare aus. Zitat Ich mag den Wiederaufbau der Gesellschaft Jesu nicht. Ende Zitat Schrieb Adams Sie haben nun einen General in Russland, der war Tadeusz Brzozowski, der mit den Jesuiten in den Vereinigten Staaten korrespondiert, die zahlreicher sind, als jeder zu wissen glaubt. Haben wir denn nicht Schwärme von ihnen hier in der Gestalt von Buchdruckern, Redakteuren, Schriftstellern und Schulmeistern? Ich habe kürzlich noch einmal Pascals Briefe gelesen. Da geht es um Blaise Pascals Provincial Letters, also die provinzialen Briefe, die dabei halfen, die Abschaffung der Gesellschaft Jesu zu bewirken und vier Ausgaben der Geschichte der Jesuiten. History of the Jesuits. Das hat also der hier schreibende Adams alles bei sich liegen, als er diesen Brief zu Jefferson schreibt. Wenn jemals eine Kongregation von Menschen die ewige Verdammnis verdient hätte, dann diese Kompanie des Loyola. Unser System religiöser Freiheit muss ihnen jedoch Asyl gewähren. Aber es wäre ein Wunder, wenn sie nicht die Reinheit unserer Wahlen auf eine harte Probe stellen würden. Wie ist das jetzt zu verstehen? Unser System religiöser Freiheit muss ihnen jedoch Asyl gewähren. Ah ja, mit der Gründung der Vereinigten Staaten und der Verfassung 1776 wurde Religionsfreiheit in den amerikanischen Staaten, in Amerika versichert, in der Vereinigten Staaten von Amerika wurde versichert. Religionsfreiheit aufgrund dessen, weil die römischen Katholiken bis zu der Zeit von 1776 in einer eindeutigen Minderheit von knapp einem Prozent der Bevölkerung waren und vom öffentlichen Leben, was politische Ämter oder andere Dinge anging, ausgeschlossen war. Ein Katholik konnte in den Kolonien vor 1776 keine politischen Ämter bekleiden. Offizielle römisch-katholische Messe halten war verboten. Weihnachtenfeiern war verboten. Da gibt es heute noch erhaltene Pamphlete, die damals an den Straßen angeschlagen waren, die verboten haben, Weihnachten zu feiern, weil das eben ein heidnisches und kein christliches Fest ist. Soweit jedenfalls Adams Zitat hier. Wenn jemals eine Kongregation von Menschen die ewige Verdammnis verdient hätte, dann diese Kompanie des Loyola. Warum spricht er hier von einer Kompanie des Loyola? Nicht nur, weil der Jesuitenorden ein militärischer Orden ist und Kompanie ein militärischer Begriff ist, sondern auch, weil der originale Name der Gesellschaft Jesu Kompania de Jesus war. Also die Kompanie von Jesus. Nun, Jeffersons Antwort deutet darauf hin, oder gibt zumindest vor, dass auch er sich des Umstandes nicht bewusst war, dass das Schicksal Amerikas von den Händen Roms geformt worden war. Zitat Wie du missbillige ich die Wiederherstellung der Jesuiten. Sie scheint auf einen deutlichen Schritt zurück vom Licht in die Dunkelheit hinzuweisen. Ende Zitat Nun, während der nächsten 70 Jahre sollte der, also nach 1814, ja, während der nächsten 70 Jahre sollte der oberste General John Rotham, der General der Jesuiten war zwischen 1829 und 1853 und sein Nachfolger Peter Jean Becks 1853 bis 1883 die Gesellschaft zu ihrer ursprünglichen Größe aufblähen. Von ein paar hundert auf mehr als 13.000. In der englischen Lesung des Buches bin ich auch noch ein bisschen näher auf die beiden Generäle eingegangen. Das werde ich jetzt hier nicht tun. Nur so viel. Der eine ist Niederländer und der andere ist Belgier. Das sieht man ja auch an den Namen schon. In genau diesen 70 Jahren sollte sich die Zahl der Protestanten, die für Amerikas Unabhängigkeit gekämpft hatten, deutlich verringern im Verhältnis zu dem Zustrom an frischen römisch-katholischen Flüchtlingen aus europäischen Tyranneien. Hey! Wie ist es bitte derzeit in Europa, heute, 2016? Flüchtlinge aus arabischen Ländern fluten Europa wie damals katholische Einwanderer die Vereinigten Staaten von Amerika, die ja ein protestantisches Land waren. Und die südliche Grenze der USA ist heute, 2016, weit geöffnet, um Immigranten aus Mexiko und anderen mittel- und südamerikanischen Staaten herein zu lassen, um die katholische Bevölkerung in diesem zwischen Anführungsstrichen protestantischen Land noch weiter zu erhöhen. Alles ist schon mal da gewesen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, was die beiden Generäle des Jesuitenordens Rothahn und Becks im 19. Jahrhundert bereits vollführt haben. Genau dasselbe vollführt Hans-Peter Kolfenbach Adolfo Nikolas bis Oktober dieses Jahres, also nicht mehr so lange, wir haben ja heute den 10. September der wird ja dann auf der nächsten Generalkonferenz der Jesuiten ersetzt werden durch einen anderen, aber das haben die eingeleitet und auch wieder durchgeführt. Genau dasselbe Spiel. Nur weil wir es nicht kennen, erkennen wir es nicht als eine Wiederholung dessen, was in der Vergangenheit war. Nun, es gibt Hinweise darauf, dass diese Tyranneien ausdrücklich für den Zweck von Jesuiten gelenkt wurden, Amerika zu bevölkern. Vielleicht wird ein neues wissenschaftliches Werk sich diesem Umstand gründlicher widmen, als ich die Zeit habe und zu tun beabsichtige, schreibt Tapasson sie weiter in dem Buch. Als Amerikas Öffentlichkeit zunehmend katholisch wurde, waren Rothahn und Becks in der Lage, Washingtons Schulden gegenüber dem schwarzen Papsttum mit weitaus gewagteren, bildhaften und architektonischen Symbolen zu kennzeichnen. Dieses wenig erforschte Material ist Gegenstand unseres nächsten Kapitels. Das bringt uns in Kapitel 22 The Immaculate Conception oder Die Unbefleckte Empfängnis Im ersten Bild, was ich hier jetzt einblende, seht ihr Persephone, die Göttin der Kuppel des Kapitols der Vereinigten Staaten. Sie, von der ihre Priester sagten, dass sie unbefleckt empfangen worden wäre, wurde für den amerikanischen Gebrauchszweck Freedom umbenannt. Entführt von Hades, dem Sohn des Saturn, herrschte sie über die Toten und über alles andere innerhalb der Erde, insbesondere Metalle und schöne Steine. Bei Tagesanbruch des 9. Mai 1993 senkten Helikopter die Königin der Toten auf das Niveau des Meeresspiegels, um das erste Mal in einem Jahrhundert gereinigt zu werden. Der Autor, also Tapasorsi, wohnte diesem historischen Ereignis bei und machte das hier in Video eingeblendete Foto von Persephone. Bezeichnenderweise handelt es sich bei den 9. Mai 1993 um Muttertag. Persephone, Himmelskönigin, Mutter der römisch-katholischen Kirche, am Muttertag wird sie zum ersten Mal seit über 100 Jahren gereinigt. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Als wäre es nicht genug, dass Christopher Columbus ihr die neue Welt widmete, weil Christopher Columbus war im Auftrag des Papstes unterwegs, um alle neu eroberten Länder dem Papst zu widmen und damit auch der Jungfrau Maria. Also als wäre es nicht genug, dass Christopher Columbus ihr die neue Welt widmete und dass Andrew White ihr bereits Maryland gewidmet hatte und dass Bischof Carroll ihr den Bischofssitz von Baltimore gewidmet hatte, erklärte die Bischofskonferenz amerikanischer römischer Katholiken die Jungfrau Maria zur Patronin der Vereinigten Staaten. Im Februar 1849 veröffentlichte Pio IX der gängige Name für Papst oder Antichrist Pius IX es gibt in Macon, Georgia einen Boulevard, der nach ihm benannt ist. Er veröffentlichte also im Februar 1894 eine Enzyklika, die Amerikas Patronen mit den furchterregenden Eigenschaften der Ishtar färbte. Die Enzyklika mit dem Titel Ubi Primum von wem als erstes feierte Marias Heiligkeit mit den Worten Zitat Der strahlende Ruhm ihrer Verdienste, die alle Chöre der Engel übertreffen, erhebt sie zu eben jenen Stufen des göttlichen Thrones. Ihr Fuß hat den Kopf Satans zerschmettert. Aufgestellt zwischen Christus und seiner Kirche hat Maria die immer Liebenswürdige, die immer erfüllt ist von Gnade, die Christen immer von Unglücken sowie von den Fallstricken und Angriffen ihrer Feinde erlöst und sie immer vor dem Ruin errettet. Ende Zitat Das Wort Christen muss man hier natürlich mit Katholiken austauschen. So heilig sie auch klingen mag, eine Satan zerschmetternde lebensrettende Jungfrau Maria ist eine Erfindung heidnischer Tradition. Die Bibel prophezeit, dass der Kopf der Schlange Satans verwundet wird, aber nicht durch Maria. In Genesis 3, 15, also erstes Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15, lesen wir Gottes Gelöbnis, dass Satans Same von dem Samen Evas zerschmettert werden wird. Zitat Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Samen und ihrem Samen derselbe soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ende Zitat Man könnte aus heidnischer Sicht argumentieren, dass Maria Evers Same war. Ja, aus heidnischer Sicht kann man das. Ich aber sage ganz laut Nein. Die ganze Bibel hindurch wird dem Samen von Z gefolgt, als dem gerechten Samen und das erste Kapitel Matthäus verfolgt diesen Samen zurück zu König David, von dem Josef Marias Mann ein Abkömmling war. Nicht wovon Maria ein Abkömmling war, sondern Josef Marias Mann. Wir lesen in Matthäus erstes Kapitel erster Vers Zitat Geschlechtsregister Jesu Christi des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Ende Zitat Abraham gehört der Linie der Set an, dem Samen Ewas, nach dem kein Abel erschlagen hatte. Nirgendwo in der Bibel wird ein Same über die Linie der Frauen verfolgt, nur dem männlichen Samen wird gefolgt. Auch wenn Josef jetzt nicht der Vater von Jesus war, sondern das war ja Gott oder der Heilige Geist, wenn man so will. Aber halt Maria war nicht aus der Linie Davids, zumindest ist das nirgendwo beschrieben, wie es nirgendwo in der Bibel beschrieben ist, welche Linie oder aus welcher Blutlinie eine Frau kommt. In der gesamten Bibel wird ein Same immer nur über die Linie der Männer verfolgt und nicht über die Frauen. Aber laut dem inspirierten Verständnis der Apostel war es Jesus und das sagt ja auch Genesis oder das zweite Buch Mose 3 Vers 15 ganz deutlich. Ich wiederhole es nochmal. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe, der Same der Frau soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Also die Bibel ist hier wie immer ganz ganz deutlich. Aber laut dem inspirierten Verständnis der Apostel war es Jesus. In Römer Kapitel 16 Vers 20 verkündet Paul der römischen Kongregation Zitat Der Gott des Friedens aber wird den Satan unter euren Füßen zermalmen. Ende Zitat Maria wurde ebenfalls nicht die Macht verliehen zwischen Menschen von ihren Feinden zu erlösen. Nur der eine Mittler zwischen Gott und den Menschen der Mensch Christus Jesus wie wir lesen im ersten Timotheus Brief Kapitel 2 Vers 5 Zitat den Namen den Namen über alle Namen ist wie in Philippa Kapitel 2 Vers 9 steht ist ein von Gott autorisierter Erlöser. Nein die Maria des Ubi Primum kann man nirgendwo in der Bibel finden. Aber dann hat Pio Nono der erste als unfehlbar erklärte Papst eine ziemlich berühmte theologische Ignoranz gezeigt. Sein Privatsekretär Monsignore Talbot verteidigte Pios Unsinn in einem Brief der von dem jesuitischen Autor Peter de la Rosa in seinem Werk Vickers of Christ zitiert wird. Da der Papst kein großartiger Theologe ist, sagt mir mein Gefühl mit Sicherheit, dass er von Gott inspiriert ist, wenn er seine Enzyklika schreibt. Unwissenheit ist kein Hindernis der Unfehlbarkeit, da Gott den Papst auch aus dem Munde eines redenden Esels verkünden könnte. Wie wir im vierten Buch Mose Kapitel 22 Vers 30 nachlesen können. Die Eselin sprach zu Bileam, bin ich nicht deine Eselin, die du von jeher geritten hast bis auf diesen Tag? Hab ich auch je gepflegt, dir also zu tun? Ende Zitat Laut J. C. H. Aveling ist die Wahrheit hinter der Angelegenheit, dass der größte Teil seiner Theologie, also von Papst Pio IX während der langen Amtszeit von 1846 bis 1878 von Jesuiten geschrieben worden war. Nun, über Pio IX wäre viel mehr zu sagen, als es im Rahmen dieser Buchzusammenfassung möglich ist. Über sein Syllabus of Errors wollte ich mit Tom Fress bereits vor langer Zeit eine Sendung machen. Ich weiß nicht, ob es jemals dazu kommen wird, aber ich kann nur jeden ermutigen, seine eigenen Recherchen diesbezüglich zu machen. Antichrist Papst Pius IX war der Papst mit dem längsten Pontifikat in der Geschichte des Papsttums und deswegen gibt es in der Geschichte hierzu sehr, sehr viel zu studieren, was allerdings nicht Thema dieser Buch Zusammenfassung ist. Am 8. Dezember 1854 fahren wir weiter fort in dem Buch von Tappasorci Herrscher des Bösen brachte der oberste General Bex der Gesellschaft Jesu 300 Jahre der Hingabe an Maria zu einem glorreichen Höhepunkt durch Ineffabilis Deus das ist der unbeschreibliche Gott die Enzyklika über die Definitionen der unbefleckten Empfängnis der unbiblischen Doktrin dass Maria wie Jesus empfangen worden war und frei blieb von Sünde das steht in der Bibel nirgendwo drin die Doktrin die beinhaltet dass die gesegnete Jungfrau Maria in dem ersten Moment ihrer Empfängnis durch einen einzigen Akt der Gnade und durch das Privileg gewährt durch den Allmächtigen Gott in der Vorausschau auf die Verdienste Jesu Christi dem Erretter der Menschheit von allem Makel der Erbsünde befreit wurde ist eine Doktrin die von Gott enthüllt worden ist und von daher unveränderlich und fortwährend geglaubt werden muss das ist römisch katholische Lehre das ist Katechismus das ist nicht was das Wort Gottes was die Bibel sagt Gehen wir hier doch eben noch ein wenig tiefer auf die Marienverehrung ein Diese Freedom auf dem Dach des Kapitols ist in römisch-katholischer Doktrin die Königin des Himmels Hierzu jetzt ein kleiner Ausflug in ein anderes Buch welches ich in Kürze hier auf meinem Kanal lesen werde deswegen sage ich jetzt auch den Titel der Quelle nicht ich möchte ja euch die Vorfreude nicht verderben aber der kleine Abschnitt in dem Buch heißt Die Himmelskönigin und ich gehe da ohne zu kommentieren darauf ein das kommentieren werdet ihr dann später hören wenn ich das gesamte Buch lese aber ich möchte diesen kleinen Abschnitt Die Himmelskönigin euch hier eben gerne vorlesen Papst Pius XII ein Papst an den sich viele noch heute erinnern bezeichnete Maria als die Himmelskönigin er war es der am 1. November Ex-Cathedra das heißt Kraft seines Lehramtes unfehlbar verkündete dass Marias Leib kurz nach ihrem Tode aus dem Grab auferweckt empor gehoben und sie als Himmelskönigin gekrönt worden sei auf dem Sankt Petersplatz am Ostertag 1988 enthielt eine Botschaft Papst Johannes Paul des Zweiten ein Gebet an die Himmelskönigin um Schutz und Frieden für die Welt die einzige Erwähnung der Himmelskönigin in der Heiligen Schrift bezieht sich auf die karnaitische heidnische Göttin der die Israeliten räucherten Kuchenbuken und Trankopfer opferten und die abscheulich und böse in den Augen Gottes war wie wir in Jeremia Kapitel 44 Vers 17 bis 25 und im Kapitel 7 von Jeremia Vers 18 nachlesen können das habe ich ja auch schon besprochen in meiner Buchlesung von Alexander aus diesem Buch kommt jetzt hier auch ein kleines Zitat in the two babylons also von Babylon nach Rom setzt Alexander Hislop die Anbetung der Himmelskönigin in der Bibel mit derjenigen der Semiramis gleich der Ehefrau des Nimrod die von den Babylonian angebetet wurde und auch mit der Verehrung der assyrischen Göttin Astarte der Diana von Ephesus der Jungfrau Venus im heidnischen Rom und vieler anderer jungfräulicher Mutter Göttinnen auf der ganzen Welt Semiramis Sohn in der Bibel unter dem Namen Tammuz wie wir in Hesekiel Kapitel 8 Vers 14 lesen erwähnt der eines gewaltsamen Todes starb und um den die Frauen weinten wird mit Osiris in Ägypten und Barros in Rom gleich gesetzt Mutter und Kind wurden in der volkstümlichen Religion Babylons angebetet in der Form eines Kindes in den Armen seiner Mutter gleichermaßen nach dem Turmbau zu Babel von vielen Nationen und Völkern in der ganzen Welt in Ägypten als Isis und Osiris in Indien bis zum heutigen Tag als Isi und Iswara im heidnischen Rom als Venus oder Fortuna und Jupiter selbst in Tibet China und Japan fanden die jesuitischen Missionare mit erstaunen dass das entsprechende Gegenstück zu der Madonna mit ihrem Kind ebenso innig verehrt wurde wie im päpstlichen Rom selbst und dass Xing Mu die heilige Mutter in China mit einem Kind in den Armen und den Heiligen Schein genauso dargestellt wurde als wäre ein römischer Künstler damit beauftragt worden Ende Zitat aus Alexander Hislops von Babylon nach Rom Papst reichhaltiger Zuneigung all unsere Nöte unter ihre erbarmende Fürsorge nimmt die als Königin zur Rechten ihres einzigen Sohnes unseres Herrn Jesus Christus sitzt angetan mit einem ringsum reich verzierten goldenen Gewand Ende Zitat aus Enzyklische Briefe Dezember 1864 Dasselbe Jahr in dem Papst Pius IX Syllabus of Errors veröffentlicht hat Der Beigeschmack solcher Beschreibung passt besser zu Jeremias Prophezeiung als zum Neuen Testament In der Presse erscheinen viele Fotos von dem gegenwärtigen Papst wie er vor Bildern und Statuen der Jungfrau Maria betet Ein solches Bild im Daily Telegraph zeigt den Papst wie er von Berg Cittiv in Nordwest Italien herabsteigt nachdem er auf dem Gipfel vor einem Standbild der Jungfrau Maria gebetet hatte Der ehemalige Parlamentarier Jeffrey Cooper verweist auf die Schriftstelle im Johannesevangelium wo Jesus zu der Samariterin sagt Zitat Es kommt die Zeit in der ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet Die wahren Anbeter werden den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten denn der Vater will Menschen haben die ihn so anbeten Ende Zitat Nachzulesen im 4. Kapitel Johannes Vers 1 und 23 Nicht auf einem Berg Nicht in Jerusalem Nicht in Lourdes oder Walsingham Es gibt keine heiligen Orte Keine besonderen Schreine Kein heiliges Wasser und keine heiligen Reliquien Auch keine reale Gegenwart Gott ist allgegenwärtig und mit jedem Gläubigen durch seinen Geist Mr. Coopers völlig biblische Entgegnung und Sorge wegen der wachsenden Beliebtheit von Pilgerschaften und Marienverehrung haben bislang noch kein Echo in der Presse dieser freien Nation gefunden England ist das in diesem Fall Jesus Christus ist nicht Marias einziger Sohn er ist der einzige Sohn Gottes Maria ist auch nicht die Mutter Gottes und wahrlich sie ist nicht die Mutter des Schöpfers Königin der Jungfrauen Vollendung der Heiligkeit Thron der Erkenntnis Quelle Quelle unserer Freude Rose des Himmels das strahlende Heiligtum Fels Davids Goldener Tempel Morgenstern Schutzhafen für Sünder Trost der Angefochtenen Königen der Engel Königen der Apostel Königen der Märtyrer Königen des Paradieses Himmels Königen Maria hat den ehrbaren und besonderen Platz den die Schrift ihr gewährt Alle Geschlechter werden sie selig preisen Doch in keiner Hinsicht darf sie den Platz Christi einnehmen Sie war demütig und gehorsam und sie brauchte wie der Rest der Menschheit einen Heiland wie wir im ersten Kapitel von Lukas Vers 47 nachlesen können Dieser der Heiland stellte eindeutig klar Zitat Wer den Willen tut meines Vaters im Himmel der ist mein Bruder Schwester Mutter Ende Zitat aus Matthäus Kapitel 12 Vers 50 Maria tat seinen Willen So das war jetzt der kleine Ausflug in das neue Buch das ich im Augenblick lese und das in Kürze dann auch auf meinem Kanal hochgeladen wird wenn ich fertig bin mit der Serie Behind the Dictators im Englischen weil das Buch lese ich sowohl in Englisch als auch in Deutsch simultan aber gehen wir weiter zurück zu Herrscher des Bösen weshalb ihr hergekommen seid um euch das anzuhören aber ich fand diesen kleinen Auszug gerade eben sehr sehr wichtig da wir hier in diesem ganzen Kapitel die unbefleckte Empfängnis von Herrscher des Bösen sprechen über die Jungfrau Maria die sogenannte Jungfrau Maria da wir hier in diesem Kapitel sprechen über die Himmelskönigin und diese ganzen anderen Titel die ihr von der römisch-katholischen Kirche verliehen werden ich meine das muss man sich mal vorstellen die Mutter des Schöpfers Königin der Jungfrauen Vollendung der Heiligkeit Thron der Erkenntnis Quelle unserer Freude Rose des Himmels das strahlende Heiligtum Fels Davids goldener Tempel Morgenstern Schutzhafen für Sünder Trost der angefochtenen Königin der Engel Königin der Apostel Königin der Märtyrer Königin des Paradieses Himmels Königin Wo steht auch nur ein einziger dieser Name für irgendjemanden in der Bibel Ja außer natürlich in Jeremia wo Gottes deutlich macht dass die Heiden eben die Himmelskönigin anbieten sonst kommt kein einziges dieser Worte irgendwo drin vor der Erfindungsreichtum der Katholiken ist so groß um die Leute zu behumsen und zu belügen wer das Wort Gottes nicht kennt hat wahrlich eine kleine Chance diese Lügen zu durchschauen aber jetzt fahren wir weiter mit Tapasorsi und Herrscher des Bösen In Fabius Deus bewegte den Kongress der Vereinigten Staaten dazu eine besondere Gesetzgebung zu erlassen Der Kongress war plötzlich davon besessen die Kuppel des Kapitols zu vergrößern Laut der offiziellen Veröffentlichung The Dome of the United States Capital in Architectural History was übersetzt so viel heißt wie Der Dome des Vereinigten Staaten von Amerikas Kapitols eine architektonische Geschichte aus 1992 da steht Zitat Niemals zuvor und danach ist eine Erweiterung des Kapitols vom Kongress so eifrig akzeptiert worden Ende Zitat In den Tagen der Definition der Doktrin der unbefleckten Empfängnis durch Pio Nono wurde die Gesetzgebung eilig durch den Kongress gebracht der effektiv die neue Doktrin des Vatikan in das krönende architektonische Element das Kapitol Kapitols einbaute in dessen Kuppel eine Woche nach Ine Fabulous Deus kompletierte der Architekt Thomas Justic Walter ein Freimaurer aus Philadelphia seine Zeichnungen der vorgeschlagenen Kuppel Es würde überragt werden durch das Bild einer bronzenen Maria das erkannt werden würde als das einzige autorisierte Symbol amerikanischen Erbes Ihr ursprünglicher Name war Persephone griechisch römische Gott in der Psyche der Seele und die führende Gottheit in den eloisinalischen Mysterien des alten Griechenlands Persephone wurde von Saturns Sohn Hades entführt und zu der königlichen Gemahlin seines Herrschaftsgebietes der Unterwelt gemacht Persephone war etwas besonderes durch ihre unbefleckte Empfängnis beschrieben von Proklus dem Kopf der platonischen Akademie in Athen während des fünften Jahrhunderts der christlichen Ära als ihre reine Erhabenheit in ihren Generationen In der Tat wurden die meisten der Statuen der Persephone im christianisierten römischen reich einfach reidentifiziert und wieder gesegnet als die Jungfrau Maria mittels missionarischer Anpassung Missionary Adaption wie im Kapitel 2 des Buches zu lesen war das ja das ja in dem ersten Video von Herrscher des Bösen auf der Tagesordnung steht Könnt ihr euch ja gern nochmal anschauen Freedom also Persephone oder auch Ishtar oder auch Semiramis die Jungfrau Maria würde auf einem zwölf Fuß großen Sockel stehen der ebenfalls von Thomas Crawford entworfen wurde der obere Teil des Sockels war ein Globus der von dem Motto des Gospels des Bacchus umringt wurde E Pluribus Unum aus vielen Eins während der untere Teil mit zwölf Kränzen die vielleicht die zwölf Cäsaren darstellen sollen und ebenso vielen Faschia den Bündeln aus Ruten die um Äxte gewickelt sind dem Symbol des römischen Totalitarismus geschmückt war Nun ich muss da eben anmerken dieses Kapitel geht so sehr ins Detail mit der Himmelskönigin jetzt weiter hier mit dem Bau der Himmelskönigin der Figur und wie sie rüber geschifft wird und alles drum und dran geht so sehr ins Detail dass es schwierig zusammenzufassen ist jedoch denke ich dass wir hier doch schon sehr viel gelernt haben über die Verehrung der Jungfrau Maria der Königin des Himmels und darum belassen wir es eben hier bei der Königin des Buches zu der ein den meisten unbekanntes Licht wirft auf die Zusammenhänge des Attentats auf den Präsidenten Abraham Lincoln Hier kommt eine sehr wichtige Information von Charles Chinnequay aus seinem Buch 50 Jahre in der römischen Kirche das einen großen Abschnitt über Abraham Lincoln enthält Dort können wir lesen was Abraham Lincoln Chinnequay im August des Jahres 1861 erzählte Ihr müsst wissen dass Abraham Lincoln Chinnequay in einem hetzerischen Prozess zuvor verteidigt hatte und einen Freispruch erwirkte Der Gerichtssaal war damals gespickt mit Jesuiten die eine Verurteilung von Chinnequay anstrebten und eine Niederlage gegen den Anwalt von Chinnequay Abraham Lincoln erlebten Die Jesuiten vergeben und vergessen niemals das muss man hier bedenken denn wir kommen in einem weiteren Kapitel später in diesem Buch noch auf Abraham Lincoln zurück Die wahre Geschichte wurde euch nie erzählt Darum diese Zusammenfassung des Buches und darum gehen wir jetzt in ein Zitat von Abraham Lincoln Wir kehren danach noch zur Himmelskönigin zurück Aber jetzt eben erstmal das Zitat von Abraham Lincoln Wie niedergeschrieben in dem Buch 50 Years in the Church of Rome oder 50 Jahre in der Kirche Roms von Charles Chiniqui Ein bekehrter Katholik Zitat Ich fühle es von Tag zu Tag deutlicher sagt der Präsident dass ich nicht nur gegen die Amerikaner aus dem Süden kämpfe Es ist mehr ein Kampf gegen den Papst von Rom seine Jesuiten und ihre Sklaven Nur sehr wenige Südstaaten Führer sind nicht unter dem Einfluss der Jesuiten durch ihre Frauen Verwandtschaft und ihre Freunde Mehrere Familienmitglieder von Jefferson Davis dem Präsidenten der Südstaaten gehören der Kirche Roms an Sogar protestantische Minister stehen unter dem Einfluss der Jesuiten ohne es zu wissen Kleine Bemerkung von mir durch die Freimaurerei Um ihren Aufstieg im Norden aufrecht zu erhalten wie sie es im Süden macht geht die Kirche Roms hier so vor wie sie es in Mexiko gemacht hat und in allen südamerikanischen Republiken Sie lähmt die Waffen der Freiheitskämpfer durch Bürgerkrieg Sie teilt unsere Nation um sie zu schwächen zu unterwerfen und zu regieren Weder Jeff Davis noch irgendein anderer der Konföderierten hätte es gewagt den Norden anzugreifen wenn sie nicht auf die Versprechungen der Jesuiten gehört hätten dass ihnen unter der Maske der Demokratie das Geld und die Zielsetzungen der römischen Katholiken sogar die Waffen Frankreichs zur Verfügung ständen wenn sie ich bedauere die Priester die Bischöfe und die Mönche Roms in den Vereinigten Staaten wenn die Menschen erkennen dass diese zu einem großen Teil für die Tränen und das Blutvergießen dieses Krieges verantwortlich sind ich behalte für mich was ich weiß denn wenn die Menschen die volle Wahrheit kennen würden würde dieser Krieg sich in einen Religionskrieg verwandeln und sofort einen ums zehnfache grausameren und blutigeren Charakter bekommen Ende Zitat von Abraham Lincoln der natürlich spricht über den sogenannten Bürgerkrieg Sezessionskrieg zwischen 1861 und 1865 dem mehr als glaube ich 60.000 Menschen damals zum Opfer gefallen sind das war für Amerika in der Zeit schon ziemlich viel vor allen Dingen es ist der einzige Krieg der jemals auf ihrem Boden geführt wurde mit Ausnahme von Pearl Harbor wo sie angegriffen wurden aber gut nun zum Abschluss zurück zu Freedom und dann bringen wir das Kapitel hier auch gleich zum Ende zum Abschluss zurück zu der Statue auf dem Kapitol der ein Tempel Jupiters ist nicht vergessen das Kapitol ist ein Tempel und in diesem Kapitol in diesem Kongress hat Antichrist Papst Franziskus letztes Jahr 2015 auch gesprochen er ist zurückgekehrt nach Hause denn er ist ja der Vertreter Jupiters hier auf Erden der Antichrist also um Viertel nach Zwölf am 2. Dezember 1863 wurde vor einer großen Menschenmenge die fünfte und letzte Sektion der unbefleckten Jungfrau errichtet die rituelle Prozedur für ihre Installation ist bewahrt durch die Special Order Nr. 248 des Kriegsministeriums Ihr Kopf und ihre Schultern erhoben sich vom Boden Der 300 Fuß lange Weg dauerte 20 Minuten In dem Moment in dem die fünfte Sektion befestigt wurde entfaltete sich darüber eine Fahne Die Entfaltung wurde durch einen nationalen Salut von 47 Kanonenschüssen begleitet die in die Washingtoner Atmosphäre abgefeuert wurden 35 wurden von einer Feldbatterie auf dem Hügel des Kapitols abgefeuert 12 wurden aus den die Stadt umgebenden Festungen abgeschossen Warum waren es 47 Salutschüsse bei der Installation von Freedom auf dem Kapitol Tapas 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 Erklärung kommt gleich zum Abschluss Hier ist meine Erklärung Bischof John Carroll der erste römisch-katholische Bischof von Amerika der sein ganzes Leben hindurch von Jesuiten ausgebildet worden war nämlich 26 Jahre und der der Gründer der Diözese von Baltimore war und der der Gründer von Georgetown Universität war der mit seinen eigenen Worten kurz bevor er starb sagte Zitat von den Dingen die mir in diesem Moment den meisten Trost geben ist eines dass ich stets dem Brauch der Hingabe zur heiligen Jungfrau Maria anhing dass ich diese unter den Menschen um die ich mich gekümmert habe etabliert habe und meine Diözese unter ihren Schutz gestellt habe Ende Zitat Eben dieser John Carroll starb genau 47 Jahre vor der Errichtung dieser Königin des Himmels er starb am 3. Dezember 1815 und am 2. Dezember 1863 also immer noch 47 und eben nicht 48 Jahre wurde die Jungfrau Maria auf der Spitze des Kapitols errichtet genau so arbeiten sie die Jesuiten die römisch-katholische Kirche Satan Totenverehrung bei der Errichtung der Himmelskönigin die ja einer der Titel das wir ja vorhin in dem anderen Buch auch gelesen hatten unter anderem auch für die Toten eben steht Tröste Angefochtenen und Königen der Märtyrer und so weiter und so weiter hier die ganzen Namen nun Tapasorci sagt es im Grunde mit denselben Namen er geht nur nicht in die detaillierte Erklärung von da rein wer John Carroll ist was ich jetzt gerade ein wenig tiefer erklärt habe also sage ich es mal eben so wie jetzt Tapasorci das sagt um das Buch hier jetzt abzuschließen sie schaute nach Osten wie sie es auch heute noch macht ausgerichtet nach Osten Richtung Maryland dem Land der Maria und über den Atlantik hinweg in Richtung ihres geliebten Roms und ihre 47 dem Jupiter geweihten donnernden Kanonenschüsse sie waren ein Tribut an den jesuitischen Bischof der den District of Columbia unter ihren Schott stellte Am 2. Dezember 1863 war es das 47. Jahr nach John Carols letztem vollen Tag den er am Leben war der 2. Dezember 1815 Sobald der Druck des Installationsvorganges gewichen war schrieb der erschöpfte aber erleichterte Architekt des Kapitols Thomas Hugh Walter seiner Frau Amanda die sich in ihrem Zuhause in Philadelphia befand um ihr zu sagen Zitat Eure Ladyschaft sieht gelassen und wunderschön aus Besser als ich dachte ich habe tausende von Glückwünschen für dieses großartige Ereignis bekommen und es wurde allgemein bedauern geäußert dass du nicht Zeuge dieses großen Triumphes sein konntest Ende Zitat Jemand anders hatte diesen Triumph auch verpasst Jemand der nach allen Regeln des Protokolls unter allen Umständen hätte dort sein sollen Der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Vereinigten Staaten dessen Kriegsministerium das gesamte Kapitolprojekt von oben bis unten organisiert hatte Präsident Abraham Lincoln Am Mittag dieses Tages wurde der Tempel der föderalen Legislative unter die Schirmherrschaft der Persephone Freedom Frau des Hades Königin der Toten Unbefleckte Jungfrau Roms Beschützerin der Jesuiten Schützerin von Maryland und Schirmherren der Vereinigten Staaten gestellt wobei die Aufzeichnungen zeigen dass Lincoln sich ins weiße Haus absetzte angesteckt mit einem Fieber Ein vielsagendes Detail Aber die heilige Ikonografie war immer noch nicht vollständig Die Ingenieure begannen damit das Innere des Doms das Gewölbe für eine gewaltige Malerei vorzubereiten die der Kongress im Frühjahr des Jahres 1863 genehmigt hatte Diese Malerei würde George Washington zeigen der eine säkularisierte Version der Heiligsprechung des Ignatius Loyola durchlief Es beinhaltet noch weitere Informationen die nützlich sind um den Charakter und Ursprung der amerikanischen Regierung zu verstehen Wir untersuchen dieses Meisterwerk in unserem nächsten Kapitel 23 von Rulers of Evil Herrscher des Bösen in der nächsten Lesung von Jörg von Jockler 66 von Stunde der Wahrheit Ich hoffe euch hat der kleine Ausflug auch in mein neues Projekt gefallen Ich amüsiere mich da wunderbar mit dasselbe Buch in Deutsch und Englisch gleichermaßen zu lesen Das macht echt viel Spaß Auch viel Arbeit was die Videos angeht aber das kriegen wir schon auf die Reihe Am meisten freue ich mich dass Herrscher des Bösen langsam zum Ende kommt denn wir haben noch Kapitel 3 4 und 25 und dann sind wir am Ende Ich hoffe dass Andreas mich bald versorgt mit den nächsten Übersetzungen und dass wir dann eine neue Sache in Angriff nehmen können Wie gesagt am liebsten würde ich dann das Buch Behind the Dictators auf Deutsch euch bringen weil das ist wirklich interessant Auf jeden Fall danke ich fürs Zuschauen und fürs Zuhören auch für die Weiterverbreitung des Videos soweit ihr das ich freue mich auf eure ehrlichen und anständigen Kommentare und jemand der meint dass er meinen Kanal missbrauchen kann um seine falschen theologischen Ansichten seine falschen Bibel Ansichten seine falschen Weltansichten zu gebrauchen oder der rumschimpfen muss oder mich beschimpfen muss der wird merken dass ich seine Kommentare lösche das habe ich in der Vergangenheit nicht gemacht bis auf in den letzten Wochen da nahm es nämlich überhand und ich werde das weiterhin so hand haben mein Kanal bleibt sauber er steht für die Wahrheit er steht für das Wort Gottes und nicht für Beleidigungen und Anfälle der Person und wer sich da nicht dran halten kann der soll woanders hingehen gibt ja genügend YouTube Kanäle auf denen man sich austoben und austrollen kann nicht bei mir danke fürs zuhören danke fürs zuschauen Gott möge euch beschützen und behüten auf dem schmalen Weg der zu Jesus Christus führt und damit zu ihm und durch ihn zum Vater und zum ewigen Leben Gott segne euch Jockler 66 Stunde der Wahrheit meldet sich ab und sagt Tschüss